Elektrotechnik Lindlacher In unserem Ladengeschäft mitten im Herzen von Marquardstein finden Sie eine große Auswahl an Haushaltsklein- und Großgeräten, zu denen wir Sie vor Ort gerne umfangreich beraten. Haben Sie Fragen rund um die Themen Elektroinstallation, moderne Gebäudetechnik, energieeffizientes Bauen, Beleuchtung, Kommunikation und Netzwerktechnik, so sind unsere erstklassig ausgebildeten Mitarbeiter ebenfalls gerne für Sie da. Funktioniert eines Ihrer Geräte einmal nicht wie gewünscht? Auch dann können Sie sich auf uns verlassen. Wir bieten Ihnen einen Hausgerätekundendienst sowie einen Notdienst. Unsere Erfahrung mit Gebäudetechnik macht Elektrotechnik Lindlacher auch bei der Installation und elektrotechnischen Ausstattung von gewerblichen Objekten zu einem zuverlässigen und kompetenten Partner. Dank unseres besonderen Know-hows im Bereich der intelligenten Gebäudekommunikation statten wir Ihr Eigenheim mit individuell auf Sie ausgerichteten Bedieneinheiten aus. Von der Beleuchtung und Beschallung über die Musik bis hin zur Heizung. All das ist mit Tablets sowie Smartphones kinderleicht bedienen und steuerbar.